Wir haben heute die 40 Minuten. Wie war es gegen Italien? 40 Minuten? Es war ein schweres Spiel. Italien ist ein schweres Team. Wir haben ein guter Spieler. Wir wollten einfach mal hier spielen und spielen. Du hast heute viel geschlossen. War das der Plan? Nein, das war nicht der Plan. Ich hatte die Chance für meine Team. Ich hatte die Verantwortung. Aber wir haben es zusammengekommen. Aber wir haben es gut. Können wir das? Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr. Wird es ein sehr. Wird es, was du? Es gab die Entscheidung für euch. Es ist anders von der Türkeischen Seite. Es hat sich an den Tag die Türen gespielt. Du hast die Erfahrung gemacht, die diese Türen gespielt? Ja. Ich habe die Erfahrung in der letzten Saison mit viel Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung in Europa. Ich habe das auch die andere Türen gespielt. Ich habe die Türen gespielt. Ich habe die Türen gespielt. Ihr habt nur mit der Türen gespielt. Will das auch eine große Herausforderung? Was ist das für die Laufbahn? Was denkst du? Ich bin nicht sicher. Aber wir werden es ein Spiel geben. Wir werden uns auf jeden Fall beziehen. Wir werden uns auf die nächste Mal spielen.